In Sochi Gold holen und anschließend die Karriere beenden. Diesen Plan hat das erfolgreichste deutsche Eiskunstlaufpaar Aljona Savchenko und Robin Sholkovi vor vier Jahren entworfen. In Chemnitz arbeiten beide nun zusammen mit Trainer Ingo Steuer hart für den glorreichen Schlusspunkt ihrer gemeinsamen Laufbahn. Seit 2003 sind die gebürtige Ukrainerin Savchenko und der Greifswalder Sholkovi ein Paar auf dem Eis. Je vier Mal holten sie zusammen den Titel bei Welt- und Europameisterschaften. Zudem gewannen sie achtmal die deutsche Meisterschaft, so oft wie kein anderes Paar. Bei den Olympischen Spielen blieb der ganz große Erfolg bisher allerdings aus. 2006 in Turin landete das Duo auf Platz 6, vier Jahre später im kanadischen Vancouver gab es immerhin Bronze. In Sochi haben Savchenko und Sholkovi mit ihrer Kür zu Tchaikovskys Nussknacker Suite jetzt nur noch Gold im Blick.